Diese Leute kamen am Anfang der Woche, am Dienstag, und haben ihre ersten Flugzeuge hier gemacht. Danke für die Freunden, unsere Freunde aus England, und natürlich unsere Freundinnen aus der Niederlande. Sag du mal, dass er von der Niederlande schon aus Dukant hat. Bedankt, bedankt für die Freunde von Holland. Have a nice flight, John and John. Ja, guck mal, guck mal. Da braucht die schon mächtig Strecke. Ich glaub, zwei DA50 hätten wir auch ganz gut getan, oder? Kann sein, aber lass mal. Eine Twin-Wustang sieht man auch nicht alle Tage. Ich hab sie noch nie gesehen in der Größe. Das ist bestimmt ein 3-Meter-Koffer, oder? Ja, das dürfte sogar noch ein bisschen mehr sein, also so wie das ausgesehen hat. Und wir schauen uns hier den fantastischen, wirklich toll vorgeflogenen, flogenes Display hier von den beiden Johns. Die kein Interview geben wollten hier unserem Kai Stiller. Gab's die auch beim Original, Thomas? Ja, ne? Die gab's im Original auch. Aber, ja, ich hatte gedacht, sie wären zwei stehende Latten. Oh ja, verfreudet, und so weiter. Aber die sitzen noch hier, die zwei stehenden Latten. Sorry, die sind wieder viel zu früh. Etwas leichter Crosswind, John and John. Tja, da braucht er einen langen Platz, und den hat er natürlich hier mit 350 Meter zur Verfügung. Wunderbar, aufgesetzt. John and John from England, thank you very much. Thank you very much for having you here on the show. John and John.